Ja, nicht drüben lassen über den Anblick. Sie ist riesengroß, die Dame. Alice ist gewachsen, hat den Henker bezwungen und damit herzlich willkommen zum neuen Part von Alice Madness Returns. Willkommen zur Herzkönigin. Ihr müsst ihr Herz zerschmettern. Yes. Und damit ist uns der Weg offen. Das ist, glaube ich, was vom Pilz, um wieder klein zu werden. Oder trinkt das. Und wird kleiner. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passieren wird. Echt interessant. Irgendwie gefällt mir Alice Madness Returns immer besser. Und es ist gespeichert, was? Ansichtssache. Trotzdem, um die Vergangenheit aufzudenken, um die Suche fortzusetzen, musst du sie treffen. Na, doch noch weiter kämpfen. Geh weg! Es geht keinen Grund weiter zu machen. Alter! Putz dir mal die Zähne! Nicht Kraft. Ja, ist okay. Ist auch halt daneben, ne? Seine Hand war schleimig, Alice. Wie ein Alas der Isis. Und er ist der Name. Bambi. Wenn er jemals seinen Abschluss schafft, muss ich seine Abendvisite noch sehr verbessern. Ja. Professor Bambi. Er ist der, der das Feuer gelegt hat. WTF. WTF? Jetzt leckt das auch noch übertrieben. Ich sehe auch nichts. What the... What the fuck? Hier treffen beide Wege aufeinander. Ich falle runter. Und machen wir mal die Weggabelung. Deine Abendvisite. Krass. Da war Bambi noch jung. Alice war ganz klein. So. Krass. Das ist wirklich Bambi gewesen, der das Feuer gelegt hat. Und dann haben die Alice da rein gespeichert. Ah. Ah. Gespeichert. Meine Sorgen. Eine Blume gibt es da. Jawohl. Ein Radularraum. Heilung für mich. Ich bin auch mal gespannt, was... Ah. Ah. Bitte nicht kämpfen. Bitte nicht kämpfen. Bitte nicht kämpfen. Einfach nur nur eine Frage stellen. Geil. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Da hab ich voll Bock drauf. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Ein Radularraum. Yes, baby. Der fuckt ab. So. Zieh es raus, Alice. Zieh es raus. Krass, ich muss ja... Oh, man. Das ist fies. Ich könnte doch einmal an den Sachen vorbeigehen, ne. Das ist nicht, aber... Nein, das ist scheinbar kaputt. Außer sie sind die wie langsam. Passiert mir nichts. Capaz. Das muss man das kaputt machen, aber... Ja, dann ist das natürlich was ganz anderes. Auf geht's. Gotta catch them all. So, nächste Tag. Und dann ist der Weg zum Ton frei. Und dann haben wir Gratulierung geschafft. Ein schönes Leck. Ein Augenblick. Und schon kann es weitergehen. Geht jemand auf? Breakdance oder was macht ihr? Wir müssen wieder auf mich zielen, hier. Ja, genau. Du kannst mich nicht aufhalten. Ich komm zu dir. Was? Richtig. Wie einfach die Texturen nochmal aufgetaucht sind. Naja. Vielen Dank. Wir werden zwar wahrscheinlich eh keine Neurose mehr haben, weil die Story jetzt, glaube ich, endet. Zumindest glaube ich das. Ich meine, wir kommen jetzt zur Herzkündigung, die ja wahrscheinlich an allem schuld ist mit dem Zug und so oder nicht. Oder stellt jetzt heraus, dass die auch nicht schuld ist. Fragen, befragen. Zumindest hast du es gespeichert. Wo ist denn schon ein Pfeilchen? Pfeffermüde dagegen. Oh Mann. Ja, wie es aussieht. Jetzt ist es für das Finale. Ne, schau es sich einfach nur in die Tür. Was ist das? Ekelhaft. Einen Augenblick. So, und schon kann es wieder weitergehen. Sorry für die Unterbrechung. Alter, komm. Lass mich doch einfach zu der Königin. Kann doch nicht so schwer sein. Kron euch doch runter, wa? Lass uns... Lass uns... Lass uns... P-P-P-P-P-P-P-P-P... WTF. Der hat doch auch einen Weg. Ups. Mann, diese ganzen Lags. Einen Augenblick. Das ist nicht mehr zu glauben, was mit den ganzen Lags hier los ist, ey. Fuckt langsam richtig ab. Ja, was ist jetzt hier? Mann, lass mich doch einfach zu der Queenie gehen, mein Gott. Was trägt denn das jetzt wieder? Oh. Ja? Immerhin das. Locker. Ist irgendwas? Boah. So unauffällig. Ich werde fast weitergelaufen. Bäh. Bäh, wie das wieder aussieht. Bäh. Das muss jetzt auch wieder nicht sein. Oh. Mann. Jedes Ding hat seine Zeit, Alice. Eine Blume erblüht und verwelkt. Auch Erinnerungen haben kein Recht auf ewiges Leben. Die Schmerzhaften sollten wir auslöschen. Ich verstehe. Ich will verinnern, dass Alice sich daran erinnert, dass er daran schuld ist, an dem Brand. Was ist jetzt gebracht? Nicht auf. Voll das Rätsel. Hallo. Wird groß. Wird groß. Werde scheiße. Wird groß. Die wird nicht mehr groß. WTF. Was geht jetzt ab? Was für ein Bug ist das denn jetzt? Die kann nicht mehr runterfallen. Junge, Junge, Junge. Was für ein Bug, Alter. Voll die Verarsche. Ich kann nicht mehr zurück. Was für ein Bug. Mann, es tut mir leid, Leute. Es tut mir echt leid. Oh, und es leckt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was das ist die ganze Zeit. Das fuckt mich ab, Leute. Mann, und diese schadamte Uhr. Mann, jetzt fuckt mich alles wieder so ab. Es tut mir so leid, Leute. Mein Gott. Es läuft automatisch langsam. Dann würde ich sagen, jetzt kommt die Königin. Und ich beende den Part hier, weil ich bin einfach zu aggressiv gerade. Es fuckt mich alles so extrem gerade ab. Keine Lust mehr drauf. Und deswegen, Leute, bis zum nächsten Part. Und ciao.